Wir sind zurück zur Geisterjagd, Jasmini wurde da nicht gefragt, die habe ich mitgenommen und wir werden den Fall lösen, ich freue mich, dass ihr dabei seid, geht mit uns auf große Reise, so langsam fällt mir nix mehr ein als Text von dieser Scheiße. So, ich gucke mal nach dem Strom direkt inklusive im Basement, aber wir brauchen die Fuse. In der Garage ist schon Action. Echt jetzt? Ja, Action Jackson, der hat direkt die Alarmanlage ausgelöst. Action Jackson. Ja, wollten wir ohne Führerschein mit Mamas Auto fahren? Oder ist die Mama tot? Toll, Patrick. So, ich hab, hast du gehört? Ein Schlüssel. Richtig. So, wir müssen erstmal die Futze suchen. Ui, der ist aber aktiv. Hier ist die MF2. Der ist aber... Hast du das Auto angemacht oder R? R und ich hab's ausgemacht. Oder S. Wir wissen ja noch nicht, was es ist. Eine spektrale Erscheinung. Äh, hier ist Minustemperatur. Oh, sehr gut. Dass draußen nicht schneit, würde ich sagen, das zählt trotzdem. Auch ohne Heizung. Ja, minus 1,2, ne? Ach, das ist, ach, das ist eine Handcreme hier. Äh. Minus 1,2, oh. Ja, ich bin noch auf der Suche nach der Futze und dem Ausweis. Was? Bist du in der Garage? Kannst du mit mir sprechen? Ektisch gucken hier. Bist du hier? Kannst du mir ein Zeichen geben? Bist du in der Garage? Hallo? Brauchen wir eine Fuse? Keine Minustemperatur mehr? Kannst du mal gucken, ob der Strom auch so angeht? Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Okay, dann brauchen wir eine Fuse. Ich war mir nicht sicher, ob ich gerade von den... Oben geht Wasser. Kannst du nicht einfach Sicherung sagen? Ja, ich war mir nicht sicher, ob ich, äh, die Sicherung eingestellt habe. Sprich, ob ich aus Versehen falschen Schwierigkeitsgrad genommen habe. Jetzt ist hier keine Minustemperatur mehr. Okay, ich habe die Fuse, alias Sicherung. Damit du weißt, was ich habe. Was ist das? Du hast einen Wandthermometer? Geil. Ach nee, im Keller war der Stromkasten. Äh, hinterm Regal. So. Strom ist an. Heizung auch. Aber wieso war... Wieso war oben direkt Action, als ich oben war? So, ich gehe erstmal wieder durch. Dunst und Orbs. Die Frage ist jetzt, ist die Garage der Main Room, ne? Also der Lieblingsraum des Geistes. Oh Mann, ey. Naja, hier ist jetzt Plus. Ja, leck mich doch. Wo bist du? Bei mir. Hallo, bist du da? Hier ist das Switcher-Brett. Ich habe gefriert Temperatur. Ja. Mhm. Oder ob Zöhn-Mundgeruch, der sich weiß färbt. Das kommt auch vor bei dir. Das, äh, ja, ist nur nicht ganz festgestellt, woran es heute liegt, das müssen die Ärzte entscheiden. Wo bist du denn? Äh, oben. Oben? Wie oben? Ach, dieses Haus ist das. Ja. Und wo oben? Äh, Badezimmer jetzt. Ja, du bist witzig, ey. Jetzt, wenn ich weiß, wo ich jetzt vorhersomme. Und die Geisternase ist ständig bei mir in der Nähe. Oh. Das ist aber nett, dass... Danke, dass du hier schon Licht angemacht hast. Irgendwas wackelt hier. Schaukelstuhl. Äh. Ich kann den Schatten sehen. Äh, du auch. Mhm. Ein Mädchen. Okay. Gefriert Temperatur. Was ist denn das für ein geiles Thermometer, wenn ich das gewusst hätte? Das hätte ich mir auch gekauft. Mhm. Das hätte ich schon längst genommen. Das ist ja viel besser als dieses andere Kackding hier. Hier. Kannst du haben. Kannst du einsammeln. Ne, deinen Scheiß kannst du behalten. Was soll ich damit? Ich will das nicht mehr. Oh, IMF3? Hä? Okay. Geht jetzt wieder noch... IMF3. Okay. Ich will jetzt eigentlich die UV-Lampe holen. Ich will den Ausweis finden. Ach, den habe ich ganz vergessen zu sammeln. Hey, eins, zwei, drei, vier. Ach so. Ich kann nur vier Sachen nehmen. Ja. Hm. In der Tat. Ist ja doof. Das heißt, eine Sache mehr als drei. Ach, du bist ja richtig schlau. Das ist ja gern geschehen. Ich helfe doch immer, wenn ich kann. Dann hört es aber auch schon auf. Ich habe nach der zweiten Klasse die Schule abgebrochen. Ist oben. Muss oben sein, der Geist. Äh. Strom ist weg. Ja. Bist du oben oder soll ich gehen? Ich bin oben. Bist du oben oder soll ich gehen? Ist der Ausweis vielleicht im Keller? Ja. Lichtschalter war hier oben, ne? Ähm. Kerze auspusten. Hm. 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 Ja. Hm. Hm. Bin jetzt leider noch nicht in dem Ver... Äh, äh, äh. Ne? Hm. Bist du nicht. Bin ich nicht, nee. Hast du den Strom angemacht? Ja. Oh. Hat der wieder ausgemacht, der Hund, ey. Mein Inventar ist... ...gewebungsfensor, leider. Komplett leer. Also ich habe nicht mal ein Feuerzeug bis jetzt. War nicht rot. Hm. Könnte der Ausweis sein. Äh, nee. Das war jetzt herbe anders, wie ich das wollte. Natürlich chillt der nur noch hier unten rum. Küche und, äh, Garage. Bin ja auch ich hier unten, ne? Okay, da komme ich nicht hin. Ich habe ein Feuerzeug. Ich kann es nicht nehmen. Schön. Ich komme da nicht ran. Okay. Feuerzeug ist unerreichbar. Und ich hänge hier fest. Toll. Hallo. Ich, äh... Hilfe! Jasmin! Nee, ich kann nicht. Ich hänge hier in der Ecke von der Garage fest. Och, du armes Scheiß. Oh nein, der Geist ist hier drin. Ach, ich dachte, der hantet. Och, komm, leck mich am Arsch. Ich werde die Runde sterben. Wo bist du denn? Äh, hinter so eine blöde Kiste eingesperrt. Hilfe! Wieso gehst du weg? Ja, was soll ich denn machen? Keine Ahnung, das Garagentor auf. Das Auto ausparken. Die Kiste wegschleppen. Ich kriege die nicht hoch. Die ist zu schwer. Toll. Toll. Es ist einfach herrlich. Es ist einfach herrlich. Was ist das für eine Scheiße? Oh nein. Bei dir? Ja. Aber wo? Ich sehe ihn nicht. Vielleicht kann er hier auch nicht her. Vielleicht bin ich durch die Kiste unerreichbar. Okay, du musst alle Beweise sammeln. Und wir hoffen, dass er hier nicht hinkommt. Ich weiß nicht, wie man diese blöde Kamera hier aufstellt. Mit F? Ja, aber voll kompliziert mit F. Wenn du die ausgerichtet hast mit dem Maustasten, dann kannst du nochmal F drücken. Nee, die richtet sich ja nicht aus. Das ist ja das Problem. Doch, linke, rechte Maustaste kannst du drehen. Ja. Das geht aber nicht. Weil sie dann immer wieder zurückspringt. Oh, ich bin frei. Ich bin frei. Da gehe ich nie wieder hin in die Ecke. Da gehe ich nie, nie wieder hin. Oh mein Gott, ey. Gehen Ausweis hast du aber auch noch nicht, ne? Sieht der blöde Stuhl im Weg. Hm. Ja. Da muss der Ausweis doch eigentlich... Oder ich habe den schon wieder übersehen. Höchstwahrscheinlich. Aber wo? Oh, nee. Du bist hier, ne? Hm. Wo ist denn der? Badezimmer. IMF hier. Badezimmer? Ja. Ich sehe hier nichts. Höchstwahrscheinlich Verstopfung auf der Toilette. Der Stuhlgang hat sich sehr schmerzhaft angehört. Also IMF ist es nicht. Denke ich. War nur vier. Ja, ich kann noch keine Beweise sammeln. Also ich bin jetzt raus. What the fuck? Wo? Ich bin draußen. Warum flackert das bei mir denn noch mit? Wie viel Sanity habe ich? Ähm. 64. Hast du noch Pillen gekauft? So ist durchgelaufen hier. Wo? Na, durch den Laserprojekt, denkst du? Boomstar. Durch dieses Gitterdinger. Okay, okay, okay. Dann haben wir schon zwei Bewe... Ne. Doch, Gefriertemperaturen und den Laser. Hm. Okay, 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 okay. Hoch ist noch hier drinnen. Aber ich finde halt diesen dämlichen Ausweis nicht. Ups, falsche Tür. Hier. Wer hat die Tür angefasst? Schreib ins Buch. Welche Tür? Äh, die hier. Hm. Kein Fingerabdruck zu sehen. Und du hast jetzt auch noch keinen Ausweis? Ne. Ich habe auch gar nicht gesucht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe hier alles vorbereitet. Schreib ins Buch. Was war das? Ich habe hier die Schublade aufgemacht. Hier ist aber nur eine Sicherung drinnen. Kein Ausweis. Okay, gegen Handy? Hm. Schreib ins Buch. Ich habe da noch gar nicht drauf geachtet, ob hier Schränke sind. Hast du den Bewegungssensor weggenommen? Ich habe den auf die andere Seite, wegen der Kamera, dass man den vielleicht sieht. Wenn es geht. Ne, ich glaube nicht, dass man den sieht. Ich meine jetzt vom Van aus. Äh, vom Zelt aus. Ja, sieht man nicht. Schade. Glaube ich. Okay, hier liegt ein Kreuz in der Badewanne. Mal wieder. Ach, ich habe mein Licht gar nicht anberritten. Warum ist das so dunkel? Hm. Hm. Ach doch, den sieht man. Er hat irgendwas geschossen. Äh, warum bin ich mal zu mir? Ich bin mal kein Hand. Nee, aber das passiert gleich und dann werde ich wieder sterben. Also, ob sich jetzt hier auch nicht. Doch, den sieht man, den Sensor. Das ist gut. Ja, danke. Nee, ich meine allgemein. Das ist gut. Ach so, ich dachte, das ist gut, dass ich den da rübergepackt habe. Ich habe kein Lob an dich. Ja, okay. Hätte mich auch gewundert. Ja. Ich habe mich kurzzeitig gefreut, aber... Ja, deswegen sage ich ja, ne? Ja, ja, nee. Nachher werde ich noch übermütig. Ja, eben. Und Hochmut kommt vor dem Fall, ne? Besser, ich bleibe unständig. Warum treibt der denn nicht ins Buch, der Hund? Ich weiß es nicht. Wieso haben wir denn hier keine weiteren Schubladen oder irgendwas, was wir aufmachen können? Na, wahrscheinlich wieder verpackt, ey. Nee? Hier war noch eine Schublade, aber hier ist nix drin. Oh, oh. Strom ist aus. Ja. Aber... Okay, ich habe ein Feuerzeug. Das ist schön. Herzlichen Glückwunsch. Ja, endlich habe ich mal was gefunden, ne? Was wir gebrauchen können. Äh, 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 ähm, ja. Aber kein Ausweis! Hm, keine Orbs, nix. Verdammt, Meg! Was kann man noch mitnehmen hier? Was haben wir hier noch? Geisterbox? Ja, klar. Ja, klar. Was denn? Ja, bei mir fliegt alles im Raum. Bei mir. Nicht bei dir. Bei mir. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Äh, unten, wo der Kamin ist. Kannst du mit mir sprechen? Bist du hier? Kannst du mit mir reden? Wie ist dein Name? Wo bist du? Hallo? Ist hier jemand? Kannst du mit mir reden? Ja, guten Tag, Mrs. Können Sie mit mir sprechen? Haben Sie einen Namen? Ist sie bei dir? Hallo? Ja, die steht hier und guckt schon wieder so um die Ecke. Oh. Hallo? Mrs. Können Sie mit mir reden? Das ist nur IMF4. Lol, ich habe den Ausweis. Wie heißt er denn? Äh, warte, ich muss gucken. Lucy Jackson. Lucy. Das wusste ich ja noch gar nicht. Lucy, kannst du mit mir sprechen? Guck mich nicht so an. Lucy. Ciao. Mach's gut. Sehr unhöflich. Meinst du, sie hat auf mich gelauert? Keine Ahnung, aber Geister. Äh. Kannst du mit mir sprechen? Okay. Ich schau mal, wir haben jetzt, also bis jetzt haben wir die Gefriertemperatur. Und? Lucy, kannst du mit mir reden? Laserprojektion. Es ist auf jeden Fall ein Geist, den wir noch nicht kennen. Ah, es ist irgendwie schon wieder Kacke jetzt. Ein letzter Beweis. Ja, der letzte, ne? Der letzte, ne? Der verfluchte letzte Beweis. Hat die einen den ins Buch geschrieben? Shit, das konnte ich jetzt gar nicht sehen oben. Konntest du das sehen? Hast du mal geguckt? Äh, ne, ich bin grad im Zelt. Ja, ich steh neben dir, du. Alter, ist der fertig, ey. Hast du ein Feuerzeug? Mach mal das mit der Kerze. Stell mal in den Raum ne Kerze. Äh, in welchem Raum? Na, da, wo alles ist. Mhm. Na klar. Nimm doch Sinity. Pillen. Ne, hat nicht ins Buch geschrieben. Schreib ins Buch, Lucy. Wo bist du, Lucy? Kannst du mit mir sprechen? Okay, ich bin wieder am Start. Kannst du mit mir über die Box hier reden? Wo bist du? Lucy? Kannst du dich zeigen? Wo bist du? Hallo, bist du da? Hier ist ein Fliegergerät. Hä? Das ist eine ganz andere Aufnahme. Oh, Diktiergerät, ja? Hä? Ja, aber. Hä? Habe ich das die ganze Zeit laufen lassen? Wieso läuft das jetzt so lange? Weiß ich nicht. Du hast ganz schön lange aufgenommen, wa? Und vor allem, hallo, dieses Reacher-Brett, das habe ich ja vorhin gesagt. Äh, warte, warte. Hä? Hallo, Lucy. Können wir rücken an den Rücken stehen? Psch, psch, psch. Hä? Hä, wieso läuft denn das Ding immer noch? Ich höre nichts reden. Äh. Wo bist du? Ich gehe raus, mir wird das so komisch gerade. Okay. Das ist eine weise Entscheidung. Hä, das läuft immer noch, das Ding. Aber das ist ja gar nicht das, was ich, äh, gefragt hatte, eben. Äh, sonst frag doch nochmal. Hier. Wo bist du? Das ist ja gar nicht das, was ich hatte vorhin, eben. Hallo, bist du da? Hier ist das Reacher-Brett. Das Reacher-Brett, das war ja in der Garage. Leu, hast du seit der Garage aufgenommen? Ja, das ist keine Ahnung. Ich weiß nicht. Okay, cool. Cool. Das geht ja eigentlich nur 15 Sekunden. Ja, eigentlich schon. Ja, ist halt das Aufnahmegerät verpackt. Aber diesmal zu unserem Vorteil. Eine Viertelstunde. Äh, Kerze ist ausgepustet. Auf jeden Fall haben wir den letzten Beweis. Aber das hat vorhin noch nicht, äh, ne, Diktiergerät, hat vorhin noch nicht angezeigt. Deswegen wundert mich das jetzt. Na denn? Ja, wir nehmen's. Einen geschenkten Gaul, Jasmin. Schaut man mal ins Maul. Schaut man auch mal ins Maul. Stopp den Geist mit einem Kruzfix. Das müssen wir noch machen. Da sind wir gut drin. Das können wir schon. Der Geist ist Mogwai. Und da müssen wir das große Ritual von Anna Beronnen machen. Ja, können wir erstmal den noch stoppen mit dem Kruzfix? Oder nicht? Äh, können wir machen. Können wir mit dem Schutzsiegel im Lieblingsraum des Geistes. Das kombinieren wir. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Okay, äh, warte. Ich muss erstmal gucken, welches... Was ist denn ihr Lieblingsraum? Na, da oben, wo wir die ganzen Sachen haben, ne? Meinst du? Äh, Baphomet. Oder Garage. Baphomet ist das Schutzsiegel? Ne, Astaroth. 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 Okay, warte. Und jetzt machen wir hier... Astaroth. So, Schutzsiegel. Ich bin equipped. Dann können wir auch gleich ein Foto von ihr machen. Im Jagdmodus. Okay, ich hab, äh... Ich nehm erstmal die Kamera. Ich will irgendwo hier in die Ecke gehen. Gehst du nur hin? Nur damit ich sehe, von wo sie kommt. Da kommt was. Hast du nicht gesehen? Oder war das jetzt dein... Also auf jeden Fall geht der Bewegungsmelder die ganze Zeit. Hm. Ich muss nur mal gucken, in welche Richtung ich... Oh Gott, zwei entfernt. Was machen wir jetzt drauf? Vielleicht müssen wir rausgehen. Aber das ist doch der Lieblingsraum, ne? Ja, aber vielleicht müssen wir raus sein dafür. Also der Lieblingsraum ist es. Ist abgehakt? Ja. Ich geh nur mal rein. Weil man sie jetzt nicht gesehen hat. Oder ist das dieses Schutzding? Ja? Die heult hier irgendwo. Hat geheult. Bist du auch drinnen? Nö. Nee, da ist aber keine Aktivität. Aber dieses Schutzsiegel, ist das nicht das andere? Was ist denn das andere, was wir mal da rein machen? Äh, das Aktivitätssiegel. Ja, das ist wahrscheinlich das, wo sie immer so losläuft. Oder? Wo bist du jetzt immer mal oben? Oben, ja. Ach, du bist das. Hm. Ja, sonst können wir auch das Ritual machen. Ja. Am besten unten. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall unten. Gleich hier vor der Haustür. Weil da läuft sie ja wahrscheinlich auch ab und an mal. Na, es öffnen sich aber Portale. Also wir sollten vielleicht schon in die Küche gehen. Ach, die Portale, ey. So viel Schissen. Ich packe mal die Kamera weg. Den Fotoapparat, soll ich den mitnehmen? Mach doch. Äh. Ich bin letzte Runde nicht gestorben, ne? Nee, warum? Wieso ist unser Geisterbuch nicht mehr da? Hast du doch vor die Runde gestorben und hast das nicht wieder mit eingepackt wahrscheinlich. Nee, letzte Runde hatten wir das doch. Und dann hab ich gesagt, na toll, wir haben keine Beweise. Da haben wir doch nichts gefunden. Und dann konnten wir das Ritual nicht machen. Schön. Toll, Patrick, ey. Auf dich ist voll Verlass, Mann. Hä? Das ist nicht meine Schuld. Ich hab ja das Geisterbuch. Und ich mach immer Add all. Ja, ich, ich, äh. Ja, da musst du aber immer mal kontrollieren, ne? Ich adde alles. Ja, dann müssen wir die anderen Quest machen. Welche denn? Ich hab ne Idee. Stoppel den Geist, ja. Versuch ich ja die ganze Zeit. Okay, komm mit. Nee. So tötest du mich. Kann sein. Wo willst du hin? Nicht mit mir, Alter. Kann sein, sagt er sogar noch. Ich will nicht sterben. Hast du den gesprüht? Hä? Ja, ich hab's jetzt hier direkt vor die Haustür. So, wir holen sie jetzt hier her. Aber die Tür wird wahrscheinlich zufallen. Dann zählt das Konto wieder nicht, ne? Wahrscheinlich. Ja, wir testen mal. Sonst müssen wir es woanders nochmal hinsprühen. Aber warum sollte sie denn jetzt kommen? Das ist das Aktivitätssiegel. Ja, aber das sollen wir ja nicht machen. Nee, aber da wären die aktiv von. Seh ich. Ja, und los geht's. Okay, ist aus. Toller Plan, Patrick, Alter. Äh. Du bist ne Wucht. Vielleicht hat der Wind die Farbe verblasen. Hm. Ach, du kannst das nicht übereinander sprühen. Du musst ja Abstand gewinnen. Hm. Ah. Du willst jetzt nicht sterben. Soll ich den Strom anmachen? Mhm. Ah, geh ich nochmal runter. Ich triggere die, Mom. So. Ich hör was. Das bin ich. Nee. Das war so ein Schreien. So, arr, arr. Das war irgendwie komisch. Tim Taylor, der Heimwerkerkönig, ist hier im Gange. Arr, arr, arr. Nee, das hat sich so... wie die Zombies angehört bei Seven Dates. Oh, was ist denn hier passiert? Er ist umgeschmissen. Hello. Wo bist du? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Lucy. Lucy. Äh, Lichtschalter. Strom, wieder weg. Hm. Ach, Junge, 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 Junge. Die alte Ökofaschistin. So, das habe ich gelöst. Wir haben hier den guten Kohlestrom. Aus den Braunkohle-Werken. Der ist umweltfreundlich. So. So. Ma, Jasmin. Ma. Ma, Jasmin. Ma, Mama. Mama. Mama, Jasmin. Hallo, Lucy. Wo bist du denn? Kannst du mir ein Zeichen geben? Lucy? Lucy. 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 Äh, bist du das? Ja. Wo willst du hin? Lucy. Lucy. Warte mal. Wo bist du? Lucy. Ich höre sie. Sie kommt. Lobby. Sie kommt. Iiii. Sie ist mich angekrabbelt. Warum hast du denn kein Foto gemacht? Weil ich hier eingesperrt wurde in der Garage. Sie ist von... Hä? Sie ist von oben gerade runtergekrabbelt. Och. Ihr Ernst? Ja. Sie ist von oben runtergekrabbelt eben. Das zählt aber nicht. Schade, ey. Manu. Ich bin schon on the way. Lucy. Ich habe mich angekriegt. Sie ist von oben runtergekrabbelt. Hast du richtig gesehen, ey. Lucy, komm essen. Es gibt Köpfke. Köpfke. Lucy, erscheine. Zeig dich. Wo bist du? Bring guten Hunger mit. Zeig dich mal. Lucy. Lucy. Der Ofen wird kalt. Schnell. Krabbel da rein. Kannst du Patrick auch nochmal ankrabbeln? Ja. Krabbel mich an, du kleiner Krabbler. Oh. Oben. Hat es gepiept. Lucy, komm mal runter. Komm mal runtergelaufen. Wie eben. Lucy. Come on. Genau. Dann kannst du einmal das Bright nehmen. Einen Lappen suchen. Und dann kannst du hier mal abwaschen, ne? Teller dreckig hier. Fräulein, das läuft so nicht. Du kannst hier nicht immer dein dreckiges Geschirrn stecken. Hier oben. Ja, ich hab's gerade gesehen an der Decke, ne? Da hatte ich aber... Lucy. Da wurde mir aber anders. Da wurde mir aber anders. War ja über mir, nicht über dir. Ja, aber mir ist es erst nicht aufgefallen und ich hab hier rumgepöbelt. Lucy. Wo war ich stehen geblieben? Lucy, dein Abwasch. Du musst da... Hast du was gehört? Oben ist Gefrierttemperatur. Lucy, komm mal runter. Brauchst du nicht nach oben gehen. Komm mal her. Ich würde ja auch nach oben gehen, aber ich will genug Platz zwischen mir, der Kamera und Lucy haben. Wenn ich das Foto mache, weil ich dann jetzt... Lucy, du brauchst mein Foto. ...die Knöpfe switchen muss. Ein Foto. Lucy. Geht das Licht an oder ist Strom aus? Ich glaub, das wär Strom. Ortsgöre. Immer das Gleiche mit der Plage da. Lucy, lässt du bitte den Strom an? Oh, meine Sinity sind bei 47. Wir haben genug Geld. Außerdem bezahlen wir hier für den Strom nix. Lucy, zeig dich. Komm mal runter. Warst du eben draußen? Ja. Lucy, komm mal runter. Lucy. Ich frag noch mal das Witcher-Brett. Dann kommt sie bestimmt wieder zu. Wo bist du? Warte, ich nenne das Brett einfach mit. Ich wollte grad sagen, ey. Ja, können wir zusammen. Tada. Wo bist du? Das ist nicht gut, glaub ich, wenn das Dumm macht. Was hast du? Run, run. Okay, tschüss. Leck mich, Bitch. Tschüss, Lucy. Du machst mir keine Angst. Jasmin, wo willst du hin? Du versaust meine Autorität. Wo bist du? Kannst mich... Ja, das Dumm ist nämlich kein gutes Zeichen. Kannst du... Äh... Nö. Ich will nicht sterben. Was schreibt sie jetzt? Äh, ich hab nicht ganz hingeguckt. Also einmal kam wieder Run. Beim dritten Mal kommt sie. Wette ich mit dir. Welcher Raum hört mit U auf? Oh, ich weiß nicht. Einer. Will ich die Quest noch machen? Kitschen, Nö. Kitschen, Nö. Ich bin in der Küche, Nö. Oh mein Gott, sie ist in der Kitschen, Nö. Oh mein Gott, sie ist in der Kitschen, Nö. Oh mein Gott, sie ist in der Kitschen, Nö. Oh mein Gott, sie ist in der Kitschen, Nö. Vielleicht war das so Ostdeutsch, weißt du? Ich bin in der Küche, Nö. Statt jetzt zum Schluss. Hast du Nö gesagt? Äh, Entschuldigung. Wo bist du? Kitschen. Ja, fick die Ziege. Ich bin raus hier. Er war gerade... Oh, fuck it. Ich bin eingesperrt. Ich bin eingesperrt. Da war auch gerade so Raucher in deinem Mund. Ja, Gefriertemperaturen. Ach, haben wir ja, ne? Sie kommt. Hast du kein Kreuz? Doch. Ich halte sie in der Hand. Hat funktioniert. Lass mich hier raus. Ich habe das Foto gemacht. Alle Quests sind erfüllt. Ich bin der Beste und tschüss. Warte, ich muss noch eintragen, glaube ich. Weißt du, welche Quests wir nicht gemacht haben? Hä, wir haben doch alle grün. Das Exil haben wir nicht gemacht. Ja, weil du doof bist. Hä, nein. Aber das wirst du... Guck mal, die hat den Stuhl umgedreht. Oh, das habe ich nicht mehr gesehen. Der stand nicht mehr so, wie er mal stand. Ja! Wir haben eine Geistertype rausgefunden. Und weißt du... Wie kann man denn sehen, für was wir Geld gekriegt haben? Wie Bilder und so. Jetzt haben wir 467 Dollar gekriegt. Letztes Mal hatten wir 255. Aber wo kann man denn sehen, für was man was gekriegt hat? Ich glaube, das kannst du gar nicht sehen. Toll. Aber man sieht am Endresultat, dass wir hier wesentlich mehr Geld gekriegt haben. Hm. Okay, das war eine weitere Runde Gaust-Extil. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Wir konnten euch leicht unterhalten. Ihr habt euch nicht so sehr ins Hemd gemacht, ne? Wart nicht so aufgeregt wie Jasmin. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Lasst gern ein Like da. Ein bisschen Liebe. Habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.